So lieben, hat sich jemand von euch Kirchen oder Herr mit Auge gelernt? Nein. Da ist es ja gut, dass Herr Mutzahl denn da ist. Ich freue mich. Wie immer, meine Damen und Herren, wie immer haben wir Kosten und Mühen gescheut und deshalb haben wir auch heute keinen Songtext für euch. Und ja, da braucht es wieder mal Sie, meine Damen und Herren. Heute ist der 11.11. und es soll ein wenig um Karneval gehen, fast lovend. Und ich brauche vier Begriffe von Ihnen, die Sie mit Karneval verbinden. Kamelle. Kamelle. Moment, Moment. Kamelle. Ich schreibe da hinterher immer für Restdeutschland, schreibe ich jetzt Funke-Mariechen hatten wir. Funke-Mariechen. Was? Pappnase, das geht überall. Trömmelsche. Trömmelsche ist wunderbar. Trömmelsche. Ist das eine sehr kleine Trommel? Also, Trömmelsche. So, jetzt hätten wir unsere vier Begriffe und für Restdeutschland auch noch übersetzt. Pappnase, diese vier Begriffe müssen jetzt im Lied vorkommen. Funke-Mariechen. Und zwar, ihr müsst jeder einen Begriff ins Spiel bringen. Dürfen wir dann statt Funke-Mariechen auch Tanzdame singen? Ja, das ist schon in Ordnung. Wenn man nicht in Köln gebürtisch ist. Guck bitte hier auf unserer kleinen, auf unserer kleinen Bühne, Vortragsfläche. Ich fang an an. Ich fang an. Geht still, Schatz. So, jetzt diese herrliche Hymne. Dürfen die auch mehrfach vorkommen, oder nee? Die dürfen auch mehrfach vorkommen, aber jeder muss einen ins Spiel gebracht haben. Ich freu mich so sehr. Ja. Und Helmut. Ja auch. Gib alles. Guck mal, die Schuppe. Das wär getragen. Tage später. Wenn Feiern jetzt verboten ist, dann gehen wir nach Haus. Und alle Kamelle, die haben kein Wasser und trocknen aus. Die Funke-Mariechen kommen nicht mehr, sie wollen nicht mehr tanzen. Ist uns das ganze Jahr, wir tanzen wie die Wanzen. Ist uns das ganze Jahr, wir tanzen wie die Wanzen. Da-da-da-dam. Da-da-da-da-dam. Wenn Feiern jetzt verboten ist, dann leckt mich doch am Arsch. Ich sag euch was, wenn ihr so weitermacht, dann blass ich euch den Marsch. Wir ziehen die Pappblasen an und haben trotzdem Spaß. Ich schlage auf mein Träummelchen und manchmal auch auf deins. Ich schlage auf mein Träummelchen und manchmal auch auf deins. Bum. 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 Jetzt fehlt ja kein Begriff mehr hier. Was machen wir denn jetzt? Ich frage mich, warum wir hier jetzt stehen und ich noch schwitz. Wir singen jetzt die anderen Worte, Bum, Bum, Tatsdamme. Wenn Feier jetzt verboten ist, dann gehen wir jetzt nach Haus. Bum. Wenn Feier jetzt verboten ist, dann gehen wir jetzt nach Haus. Alla! Sehr gut. Genau. Wir sind jetzt verboten. Ja! 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 fer hat sich das Essen aufzivien, als ich kaukauk jetzt zu essen. Man ist ja nicht so toll! Ja! 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 Ja!